Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr gekommen seid, dass wir gemeinsam feiern können. Wir haben viele gemeinsam mit denen in der Vergangenheit und haben in der nächsten Woche glaube ich auch noch drei, was sehr schön ist, weil Julia, dass man wirklich so hervor, dass man so weiterbringt, dass wir ein bisschen was zustande bringen, und es schaut eigentlich sehr schön aus, das Ganze, und wir freuen uns natürlich, dass wir zwischen dem, das war nicht das Hauptthema, einmal feiern, ohne dass wir für ein Programm oder sonst irgendetwas arbeiten, sondern einfach nur feiern, und zu dessen wollen wir sechs Runden im Geburtstag... Sag Sechse, sag Sechse, dann ist er! ...herzlich einladen zu der Mächterin, der sich begrüßt. Ich bin gerade von Walter beauftragt worden, ich muss das alles machen, aber ich mache es natürlich sehr, sehr gerne, ich muss die Begrüßung dazu, und bitte nehmt es euer Gästchen in die Hand und würmer jetzt... ...ein Prost! Ein Prost mit harmonischem Krang, ein Prost mit harmonischem Krang, von Boris Schoennu. Brost! 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 ...hier! 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 Hochsalzleben, hochsalzleben, dreimal hochsalzleben, dreimal hoch. Hochsalzleben, 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 dreimal hochsalzleben. Hochsalzleben, hochsalzleben, hochsalzleben. 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 Dam-dam, dam-dam. Dam-dam, dam-dam. Träumer, Zucker und auch ich. Ja, das wünschen wir dir nicht. Gesundheit, Glück und noch viel Freude. Wünschen wir dir heute. Wünschen wir dir heute. Im Herzen bist du noch immer jung. Dam-dam, dam-dam. Singen gibt dir großen Schwung. Dam-dam, dam-dam. Lieber Wolf kann verzeihen nicht. Dam-dam, dam-dam. Mach den Chor noch lange mit. Dam-dam, dam-dam. Feuern wir den ganzen Tag. Hebt die Leser mit Gesang. Und wir alle schlossen an. Zeugst auch Leben lang. Ich bin gebetet worden, bzw. ihr habt die hohe Ehre, die Laudatio über den Werdegang unserer Musikerinnen und Musiker, bzw. Geburtstagskinder, darzubringen. Ich bitte euch, alles was jetzt kommt, nicht als zynisch oder bösartig aufzufassen, sondern als Spaß zu verstehen. Das ist vielleicht, manche sind ein bisschen übertrieben, und deshalb... Mein erstes Geburtstagskinderhaus. Ach so, ja. Gattenschutz, ja, ja. Es feiern heute, ich hab jetzt den großen Fultreraut abzuhört, ich geh wieder bei Fortressen, das kann jetzt nicht schön aussehen, muss ich nicht auswendig sagen. Es feiern heute sechs Sängerinnen und Sänger, Geburtstag, die schon eine große Karriere hinter sich haben, und ob sie schon am Zenit ihrer Gesangskünste sind, wird sich heute noch herausstellen. Ja. Ich bekenne jetzt mit unserem Wolfgang, unseren Jüngsten, gerade über 80 Jahre, ein Winner. Der kommt, ja, aus Wien, ja, wo er als Kaufmann es zu Reichtum gebrachte, wo er dann in Reisenderg sich ein Haus bauen konnte. Beim Reisender Kuh startete er dann seine Karriere, eine steile Karriere, als Musiker, durch, dass er dann schließlich zur SGS als großen Bassisten und Solisten führte. Ich möchte jetzt dazu sagen, ich kann jetzt über jeden Musiker nicht große Liedernei erzählen, weil sonst dann dauert das zu lange. Der nächste, der nächste Geburtstagskind ist die Erne, ein Urgestein, das Reisender Kuh, Weg zum Dreh, ebenfalls nach Seibersdorf, wo sie ein fixer Bestandteil des Frauen-Ensembles ist. Wenn ihre Aufgabe fixiert und unverändert feststeht, ist sie ein Fels in der Brandung. Neben der stripplichen Unterstützung zügt sie auch noch oft für unser leibliches Wohl. Dankeschön. Das ist wahr. Die Rosmarie, ein Urgestein unseres Kurses, von Jugend an beschäftigt, das alles mit rechten Klingen zugeht und dieses auch niedergeschrieben wird, war sie in allen Küren in der Umgebung präsent. Bei der SGS als Schriftführerin und rechte Hand von Franz Sand erlangte sie Reisenberger, Seibersdorfer rum bei diversen Liedern für Anstagsfragen und Konzerten. Dankeschön. Applaus Der Kirschwalter, unser Quereinsteiger. Nach mehrmaligen solistischen Einlagen in der Kirche, ich weiß nicht wo noch, das kann ich es nicht genau sagen, ich weiß es nicht, stieg er bei der SGS ein. Wir aber auch schon Politiker erfahren mussten, war es gar nicht so einfach. Aber die Qualität hat sich durchgesetzt. Danke. Unser Fuchs Rudiger, der Gärtner, kam ebenfalls mit dem Wolfgang bei Seibersdorf, wo er ja schon, wenn er neben dem Wolfgang steht, große Partien geliefert hat. Eine großartige Stimme, auf die nicht verzichtet werden kann, auch in Zukunft nicht. Okay. Danke. Und zu guter Letzt unser Franz Sand, vom Beruf Bauer oder doch Obmann der Südgemeinschaft, gründer der SGS mit ca. 40 Jahren, glaube ich war es die zirka, oder? Bassist, Solist, ein großartiger Sänger, ausgebildet in der Strömbildung unter der schönen Kogelig, verschillt er unsere Aufführungen immer wieder aufs Neue. Vielen liebsten Dank. Wir werden ja bei dem Konzert wieder was hören verdirrt. Dankeschön. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, ob das auch in Zukunft, wo wir auch in Zukunft mit euch rechnen können, und haben uns daher einen Experten denn geholt, die das kontrollieren soll, beziehungsweise überprüfen soll, und die euch dann eben auch die TIF-Plakette für die Zukunft gibt. Und ich bitte nun die Expertin, die Nadja, zu mir. Ich brauche mich noch da. Ja, ich brauche mich noch da. Ich brauche mich noch da. Warte deines Amtes. Vielen Dank. Bitte. So, da bin ich, ja. Ich bin bitte die Frau Tüffi Kuss, ja. Und ich darf dann eine Überprüfung machen. Ja, es sind sechs Stück. Na ja, da werden wir uns beeilen müssen. Aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe ja meine Mitarbeiterinnen. Wo sagt's denn? Mitarbeiterinnen Burschi! Das ist meine Crew. Meine Crew. So, wo ist das? Alle da? Ja. So, und schön. Also, wir haben sechs Oldtimer. Wir müssen heute Oldtimer kommunizieren. So fangen wir mal an. Wolfgang, wo ist der erste? Gehen wir mal her. Hülfjan. 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 Das ist eine Nummer 3. 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 So, dann haben wir noch ein Thema Nummer 4, das ist der franzige Puppe, den ich gemacht habe. Ich bin der Chef, ich bin der Führer. Der ist schwer. Der ist schwer. So, dann bin ich mein Führer schön. So, dann werden wir auf die Hefebündel. So, langsam. So, das wird schon. Marge Nummer 4, Marge Nummer 5 ist die Rosi. Das schaut gut aus dem Urschi. Das schaut super aus. Ein bisschen aus hier muss man schauen. Für den brauchst du noch ein Stuhl. Oder ein Hütter. Ihr braucht Flitzer. Der braucht eine Bahre. Na, bravo. Na, bravo. Na, so. Na, Moment, Moment. Jetzt sind alle aufgebot. Da stehen Sie jetzt alle. Super. Jetzt würden Sie die Daten anschauen. Alles waren der Premium-Klasse. Ja, schaut so aus. Die Produktion dürfte ungefähr neun Monate gedauert haben. Ja, passt auch. Aber man sieht, da hat man keine Kosten und Hüllen geschalt. Das ist ja da super auch wohl jetzt. Es hat, glaube ich, ein paar Jahre gedauert, bis schon Verkehr teilnehmen haben dürfen. Aber jetzt funktionieren es recht gut. Und nach ganz wenig sind die in der Anschaffung und Haltung aber nicht. Aber ich würde sagen, wir starten mit unserer Überprüfung. Nein, wir starten nicht den Motor. Wir starten die Überprüfung. Was? Und es ist nämlich die Urteilung Nummer 1. Und das hat ein Stück. Rumpum-dumpum! Und überpasst mal die Karosserie. Ich habe ja außen ausgeschaut. Na ja. Das ist der Luch! Ich habe keine Luft. 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 Das ist der Luch. Ich habe keine Luft. Schauen Sie sich den an. Aber da sieht es schon ganz gut aus. Ich muss sagen, frisch lagiert. Frisch lagiert ist nicht. Aber super noch bei uns. Ja, also man sieht die Liebe. Danke. Wo bittest du denn jetzt das Pickel hin? Das geht nicht wohl nicht. Das geht nicht wohl nicht. Das ist ganz okay. Hackerl. So, Oldtimer Nummer 2. Jetzt sind wir schon aufgefahren, wenn ich reinfahre. Da passt etwas an der Bereifung. Bitte schau. Wir werden die Bereifung kontrollieren. Ich meine sonst. Ja, Oldtimer Nummer 2. 52. Sehr gepflegt, hätte ich gesagt. Aber die Bereifung müssen wir auch anschauen. Zuerst, wenn wir mal die Radaufhängungen anschauen. Ja, ja. Ja, also die Radaufhängungen, die knirschen schon. Aber das kann man ja nicht gleich mit einer Höhle oder Rad. Super. Ähm, beheben. Aber ich glaube, so kann er noch Zeit weiterfahren mit diesen Radaufhängungen. Ja, dann schauen wir uns einmal an. Äh, in einer weichen Druck. Schauen wir mal. Ja, der steht ungefähr. Aber bitte, der hat einen Patschen. Ich sage ja, der hat was. Ja. Das ist aber ganz wichtig. Sonst kann ich jetzt nicht aufnehmen. Ja, ich habe die Form. Soll man nicht tischen. Ist ja genug, der braucht es nicht mehr. Ja, das muss ich noch. Es war schon behoben. Äh, ja. Profil müssen wir anschauen. Ja, das ist ganz wichtig. Das Profil müssen wir auch. Es ist schon ein bisschen abgeknutzt. Aber ich wollte Winterrafen. Winterrafen. Der Sommerrafen kann man es noch fahren heute. Ich sage. Ja. Der Komisch stinkt schon ein bisschen. Ja. Aber ich sage, dem Ganzen und Ganzen würde ich sagen, kann man damit noch fahren. Ein gewisses Problem, glaube ich, ist schon, Chefin, der Bremsweg ist mit diesem Raufen schon länger. Das muss man beachten. Und vor allem, wenn wir auf Straßenfahrt die Löse haben. Das sollte man ganz besonders aufpassen. Ja, das sollte man auch machen. Ja, das sollte man auch machen. Aber sonst, sonst geprägt und gut beinahe. Perfekt. Dann kann ich auch noch mal helfen lassen. Ja. Also, Profil, wir schauen das auch. Ja, wir schauen das auch an. Ja, wir schauen das auch an. Ja, wir schauen das auch an. Profil, haben schon die Winterpuppe an? Oder sind das nicht? Nein, 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 nein. Auf Eber, bitte. Auf Eber, bitte. Auf Eber. Auf Eber. Auf Eber. Ja, das ist ein Krott. Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Drei in der Uhr, ferns klar. Warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ich fand so ein, ich leifle möglicher Hörer. Ja, ja. Aber auch von Winzer, da brauchen wir dann ein Lied. Gehele, wie schaut es denn aus bei der Bewegung? Eine Schäffe, ich bache, was soll wurscht tun? Wo ist sie so dran? Wo ist sie so dran? Wir werden ein Training hin. Willkommen nicht mit. Ist das das 3 auf uns? Ja, genau. Der Rolf einmal nicht mehr dreist. Ja, da fängt er auf den Pfirscht ein bisschen lang. Aber sonst ist es geil. Genau. Kriege ich mal die Kampel? Schon beleuchtet und beleuchtet. Schalt doch mal das Licht aus. Aus. Ja, nicht. Wir essen mich. Und ich schreibe es heute Sputze. Sputze! 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 Gerichtkuppe! Ja! 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 Sputze! Sputze! Ich glaube, der hat einen Nachschlag. Okay, bitte, 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 bitte! Sputze! 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 Ja, das ist ein Tuschee. Was ist mit Diana? Geht sich an, blicken Sie an. Probieren Sie mal. Probieren Sie mal. Nein, nein, nein. Ja, super. So, Bubi, die Schuss-Telfer. Schau das an, bitte. Die Schuss-Telfer. Das ist ein bisschen. Ein bisschen fisch. Dann geht der Freund nicht mehr auf. Welche hast du? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Lenken, lenken. Alle nehmen das Lenker. Lenken. Das ist so, das ist okay. Das ist eine Grammar. Schauen wir mal lenken. Die ist fertig. Dazu. Weißt du, was die Stimme noch? Wie? Ja, das geht das so. Ja. Alle anderen können links und rechts einschlagen. Nehmen wir mal die Lenkung. Und einmal links. Wo ist die nicht? Ja, die nicht. Ja, die nicht. Oder wo? Oder wo? Ja, die nicht. Bei Gott hat einges links und rechts der Prüfungsgegenstand. Aber die Lichthupe. Ja, die Lichthupe. Aber wo Hupe geht, Bubi. Schaust du mal, ob da die Hupe gibt? Ja, wir haben euch gleich rupen. Ja, wir haben euch gleich rupen. Und die Motorleistung? Die Motorleistung? Ja, wir haben euch gleich rupen. Ja. Herr Echter! Vorsicht, kalt! Herr Kohl! Sagt der Doktor zu mir immer. Vorsicht, kalt! Oh! Wer macht aber lustige Motorgeräusche? Ja, es ist im großen... Bis auf ein paar Nebengeräusche geht. Ich würde ja was sagen, wir starten mal an. Starten mal an! Starten mal an! Ja! Dann geht's mal starten! Dann spielen wir ja nichts vom Starten. Der geht auch noch, sucht der Post, dass wir so reinstecken. Ja! Starten mal an! Alle Angst! 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 Danke, Frau! Danke, Frau! Wir schauen mal den Schluss ab! Jetzt machen wir mal eine Probefahrt. Alle aufstehen, bitte! Ja! Und wir machen eine Probefahrt. Ich würde sagen, am besten einmal nach hinten retour. Rosi, du führst einmal. Du bist der Beste! Machst du die Probe? Geht, Frau! Du bist der Beste! Du bist der Beste! Du bist der Beste! Dir völlig aus! Oh! Der Beste! Cheg, Frau! Und du bist der Beste! Ich bin der Beste! Komm! Ach, du bist der Beste! Oh, 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 oh. Oh, heutzutage wird so viel geschummelt. Wir schauen mal. Wo kästen direkt hinschauen? Ja, ich. Ich bin da ganz streng. Na ja, gut. Ich habe da ganz einen Spaß. Das ist so schweres Gerät. Oh, 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 oh. Rahmat gan. Gut, ich wollte dir nach vorne stehen. Auf dem Bart. Da sind wir nach vorne. Entspannen, entspannen. Schau mal, was rauskommt! Meine Frau, ich glaube, der braucht mehr Bier und Schnaps. Ich muss aber schauen, ob wir genug Sprit haben. Ich weiß es nicht. Nein, es läuft einmal. Bitte ein Sprit. Auch leer. Aber Bio muss es sein, oder? Ja, meine Frau, wir haben einen Kuchen. Wir wollen schon bringen. So, ein bisschen zu viel. Ja, ja, ja. Ja, ja, wird's, wird's. So, meine Frau wird's schon wieder. So, was ist denn? Das war noch verbogen. Das ist okay. Das ist okay. Das ist ja wiederum. Das ist ja wiederum. Das ist ja wiederum. So, der ist das gut, was geht denn. Und jetzt springt er wieder auf. Ja, und jetzt springt er wieder auf. So, und. Prost! Sehr gut. Sehr gut. Ich sehe, der Band wieder aufgefüllt. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt können wir wieder vor allem. Ich fasse zusammen. Also alle haben diese Prüfung mehr oder weniger bestanden, also alle sind gut in Schuss, liebe Ultima, hier und da haben wir kleine Nägel, aber es ist kein Grund, um euch aus dem Verkehr zu ziehen, alles gut. Es gibt für euch jetzt natürlich auch eine TÜV-Plankette und damit haben sie betriebserlaubt ist für die nächsten 10 Jahre, die Halter beglückwünsche ich allen. Wunderbar, und da haben wir weiterhin viel Spaß, sind auf den Flecken gehegt und gepflegt werden alle. Also tun wir mal eine TÜV-Plankette, tun wir mal so, verleihen. Oh, das springen wir schon. Hahahaha Hahaha Hahaha Hahahaha Schön 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 Das ist ein Teil Nein, 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 nein Vielen Dank Kann ich jetzt auch wiederkommen? Hahaha Hahahaha So einige, oder was? Was überprüfen Sie die Plakette? So, ein wenig ist fertig, aber Aber, wir haben noch was vergessen Habt ihr eigentlich alle eine Autoapotheke? Obt ihr sowas überhaupt? Das war die Erste-Hilfe-Kasse Jo, Erste-Hilfe-Fakel Kann tauschen sein Also, wunderbar Super Weil ihr es so gut abgeschnitten habt, haben wir uns gedacht Es gibt eine Erste-Hilfe-Kasse von uns Also, eine Autoapotheke Aber die pfeffern wir nicht eine in den Kofferraum Da schauen wir zuerst hinein Was drinnen ist Denn vielleicht können Sie auch was brauchen davon So, und in diesem Sinne, vielen Dank Da kommt die Autoapotheke Danke Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Ich möchte noch sagen, ich bedanke mich sehr bei der Nadia, dass sie das meiste jetzt für mich gemacht haben Oh, das ist ein Vortreffen gegeben Ja 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 Herzlichen 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 Jamen Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Und das ist die Geschichte, die wir heute noch machen wollen. Mache Zahra! Und das ist die Geschichte, die wir heute noch machen wollen. ZANG EN MUZIEK 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 Untertitelung des ZDF, 2020